Das sind Herr und Frau Knechtle mit ihren drei Kindern. Sie machen Ferien am Bodensee und möchten einen vierstündigen Ausflug machen. Wie viel würde die Miete von diesen fünf Velos beim Zweiradprofi kosten? Die Eltern zahlen für vier Stunden je 14 Franken. Die drei Kinder je 9 Franken. Wir rechnen also zweimal 14 Franken plus dreimal 9 Franken. Und das sind 55 Franken. Weitere Aufgaben findet ihr auf www.bruck.ch Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020